oh mein gott oh mein gott ich habe das spiel besiegt ich habe das spiel besiegt herzlich willkommen zurück zu little nightmares 2 ja nach der letzten folge habe ich eine kurze pause gebraucht jetzt geht es weiter durch die ja ich nenne es jetzt ein krankenhaus prothesenwerkstatt da bewegt sich wieder einer welcher ist das da 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 zählt denn das licht jungs nein problem problem es sind drei mehr als drei das sind sehr viel mehr als drei kommt mal hier stellt euch mal auf alter bist du hässlich ich tut ab haben sie gut gemacht die gestalter sind das alle jetzt nein ich bin gefangen nein ich bin gefangen ich bin gefangen ich kann nicht weg nein warum ich so meine fresse alter komm 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 kommt alle her so so wenn ich euch alle bestrahlen kann Ah, nein, 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 warum ist das so schwer, soll ich nicht einfach durchlaufen? Ah, ja, das wollen die auch nicht, naja, ich muss schon das Licht benutzen, ne, Lichtlauf, Leute, 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 konzentriert bleibt, keep calm, keep calm, keep calm. Ja, 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 schön. Nein, 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 komm, nehmt den Ball, nehmt den Ball, nehmt den Ball, komm, nehmt euch den Ball, nehmt 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 den Ich will den jetzt da rüberkicken, komm, das muss auch möglich sein, nehmt den Ball, nehmt hat ne Sicherung. Die ist jetzt draußen. Ausgezeichnet, muss ich da jetzt wieder zurück, oder? So, ey, mach die Sicherung rein, Mädel. Was für ne Folge, Leute. Bis jetzt. So. So. Wie ging's hier nochmal rein? Oder raus? Wie lang hier? So, Six, könntest du bitte die zweite Sicherung nehmen? Könntest du bitte diese Sicherung nehmen? Nehm sie. Nimm die Sicherung. Nimm die Sicherung. Nimm die Sicherung. Das gibt's ja nicht. Warum nehmt ihr die Sicherung nicht? Ah, jetzt nimmt sie die Sicherung. Komm mal rein hier. Danke, Six. Und den Aufzug. Haha. Ich hasse Aufzüge in Videospielen. Ich kann ja nix machen. Ich kann nicht schüpfen. Ich kann ja nix machen. Ich kann nicht schüpfen. Es sollte ja nicht zu viel passieren. Hilfe. Six, komm mit. Was für gruselig. Die Füße. Ja, genau. Geh auf das gruselige Geräusch zu. Vor allem, was ist mit der Hand? Die Hand. Ah ne, die Hand haben wir jetzt getrümmert. Stimmt ja. Die Hand kann ja gar nicht mehr kommen. Komm, Six. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Nein, Six. 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 Ah! Ah! Weg von dem Stangen Ding. Geh doch weg von der Stange. Ja, perfekt. Komm. Da. Nein. Verdammt. Nochmal. Schnell, 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 schnell. Gleich zu dem Rohr. Da. Jetzt kann sie kommen. Stirb. Ah! Wo kommt sie jetzt her? Oh! Warte. Jetzt zwei. Jetzt zwei. Warte. 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 Nochmal. Tschö. Tschö. Ah! Geh weg! Geh weg! Geh weg, du! Geh weg! Nein! Nein! Mann, das ist wieder so eine Folge, ne? Seht ihr mich wieder failen? Geh weg! Geh weg, du! D Cho��. Geh weg! Geh weg. Geh weg, du! mann kurz bevor es springt macht sie so einen komischen spinnen move so ein aufbäumen mann 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 tut mir leid wenn ich hier so lange hängen komm jetzt ich weiß dass du da bist genau wenn es aufbäumen macht dann darf ich schlagen was schwein ändert seine taktik einfach mann 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 so jetzt er will zuerst ach du scheibe vielleicht darf ich die gar nicht bekämpfen vielleicht muss Six die bekämpfen aber was macht Six in der Zeit genau jetzt gucken wir es mal anders verdammte scheiben dreck darf man nicht sagen auf YouTube so Leute versuchen wir es nochmal mit den Händchen Händchen halten das kann ja nicht so schwer sein und ich bin einfach zu schlecht so erster Hieb zweiter Hieb und jetzt kommen zwei Hähnchen wäre es wenn wir die ein bisschen trennen ach so wir müssen ihn nur ablenken ich hoffe zumindest oder wie ziehst du das hin mann wie kann ich da zwei bekämpfen das geht gar nicht das geht ja gar nicht das geht ja gar nicht das geht nicht yo komm versuchen wir es nochmal um eins um eins nochmal zwei zwei kann man nicht bekämpfen zwei kann man nicht bekämpfen das geht nicht das geht nicht das geht nicht ja ist wieder so ein cool Hilfe warte mal warte mal warte mal man kann zwei nicht man kann zwei nicht bekämpfen aber was ist wenn ich das Eisenrohr ich habe eine Idee ich habe eine Idee Leute so Leute versuchen wir es nochmal erneut hänge ich an einem Rätsel fest ich werde den Timer jetzt stoppen so lange bis wir dieses Rätsel geschafft haben so Oh. So. Da kommt die andere Hand raus. Okay. Verdammt. So. Neuer Versuch. Neuer Versuch. So. So. Komm her, ihr Hände. Ihr Ekligen. Ich hab doch beide erwischt. Man kann nicht gegen zwei kämpfen. Das geht nicht. Geht nicht. So, Leute. Neuer Versuch gegen die Händchen. Ich glaub nämlich, wir können die gar nicht so konventionell bekämpfen. Solange sie allein sind, schon. Aber wenn dann zwei da sind. Dann geht's nicht mehr, glaube ich. Außer eins packt irgendwie fest. Ich glaub wirklich, man muss jetzt einfach nur durchhalten. Der Six reißt ja jetzt die Platten weg. Jetzt wär die zweite. Ah! Habt mir fast gehabt. Ich glaub, ich hab's jetzt sechs. Eine noch. Reiß weg. Reiß weg. Er reißt weg, das Brenn. Er lässt sich echt Zeit. Ich weiß nicht, ob's nicht vielleicht doch Zeit wär, irgendwas zu machen. Komm schon! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab das Spiel besiegt. Ich hab das Spiel besiegt. Ich hab das Spiel besiegt. Wir hätten eigentlich wahrscheinlich zu zweit. Wenn der jetzt noch nah ankommt. Ich dreh durch. Also, das... Das soll so nicht sein. Liebe Leute. Aber so kann man es auch machen. So, kurz den Timer wieder starten. So. Der böse Maskenmann. Oder ist das Menschenhaut? Abgezogene? Oder was erwartet uns? Uiuiuiui. Iiih. Iiih. Macht so viele Geräusche. Ich glaube, wir können das Licht ausmachen. Was macht der da? Warum läuft der in der Decke? Der Ballonmann oder Spiderman. Was? Was? Nein, nein, nein. Aha. Gut, der sieht halt von oben. Das heißt, wir müssen uns irgendwo verstecken, dass wir drunter sind. Am besten... Nein, das Licht! Weg von dem, weg. Hat das Licht aus. Ah, was? Hat der mich. Ja, aber der ist nicht so schwer, glaube ich. Gehen die letzten... Ich weiß nicht, was wir hatten. Schalt doch mal das Licht aus! Da. Da. Hol' dich wieder. Da ist keiner. Oh, Gott, oh 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 Gott Was macht der da? Ja Geh mal wieder weg Bitte Alter 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 der Mann der alles sieht So weit war ich noch gar nicht Ich brauche was Was ich dagegen werfen kann Ja Ja toll Da hinten der Würfel So ja Jetzt guck der in den Schrank ein Alter Geh weg Komm 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 So Sollen wir noch mal warten Bis der zum Schrank geht Bevor wir das ranwerfen Ach nee komm wir riskieren es Schnell Guck ja nicht da unten nach Geh wieder Ja Leute Ich würde sagen wir beenden hier die Folge Danke fürs Reinschauen Ich hoffe euch hat es gefallen Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Schreibt einen Kommentar Was ihr besser gemacht hättet Und Ja Abonniert meinen Kanal Kostet auch nichts Wenn ihr wollt Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Tschüss Tschüss